Willkommen zu Tommy Soac. Ja, ich habe wieder einen neuen Glitch rausgefunden. Um diesen Glitch durchzuführen müsste zum Flughafen, braucht ein Hubschrauber. Dieser Glitch befindet sich jetzt genau an diesem Ort der Karte. Das ist dieser Hangar von diesem Devin Weston. Steckt in den Hubschrauber ein und fliegt erstmal zu den Hangar hin. So, genauso wie ich das jetzt gemacht habe. Fliegt da hin, genau zu diesem Punkt hin, wo ich jetzt lande. So, und vorsichtig landen, nicht zu hastig, sonst hat man die Arschkarte. Ja, passt auf, dass man nicht gegen die Rotorblätter klatscht oder so, dass ihr durch die Luft geschleudert werdet oder sonst desgleichen. Klettert auf diesen Streifen drauf, läuft ziemlich weit mittig her und wenn es geht, ziemlich weit rechts, nicht zu weit nach links, sonst fliegt ihr runter und brecht euch das Genick. Und ihr müsst das wieder von vorne machen. So, und jetzt dreht ihr euch ganz vorsichtig um. Lauft einfach gegen diesen rostigen Pfeiler und zack, ist man in diesem Hangar drin. Geht nun in die Eco-Perspektive und schon sieht man die Umrisse von dem Hangar. Weil hier kann man sich gut vor dem Kopfgeld verstecken, leuchtet schwulen, wenn sie dich jagen. Ist auf jeden Fall ziemlich nice der Glitch. Und man kann auch hier oben Leute killen. Und die Leute wissen nicht, hä, wo ist er denn? Ist er denn jetzt auf dem Dach oder wo? Und die wissen das nicht. Einmal ein Kopfschuss, zack bumms, nächster Kill, zack bumms. Und ihr könnt auch die Cops hier ärgern. Ja, und man kann hier, wie gesagt, nur geradeaus laufen, nicht links. Ja, um hier wieder rauszukommen, muss man natürlich auch wieder den Selbstmord machen. Sonst kommt man hier nicht raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ich bin da mal raus. Ciao, euer Tauben is a watch.